hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von orienter blind forest wo ich jetzt glaube ich mal am anfang zumindest ein bisschen stiller sein werde damit wir hier endlich mal durchkommen ein bisschen mehr konzentration kann da glaube ich nicht schaden schauen wir mal das schon der erste fail verdammt wun Hmm. Oh. Oh. What? Um. Jetzt war er aber kurzzeitig. Nein. Ach, scheiße. Warum man jetzt von hier wieder anfängt, ist mir ein Rätsel. Aber so ist es okay. Sollen wir recht sein. Warum hatten wir das vorher nicht? Verstehe ich nicht. Egal. Ah, verdammt, verdammt. Oh. 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 Das war's für heute. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ach so, da muss man hin. Das gibt's doch gar nicht. Oh, geschafft! What? Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ori, ich fürchtete schon, dich an Kurus Fänge des Hasses verloren zu haben, aber Gumu hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Doch sieh her, der Ginso-Baum ist wieder hergestellt und Nibbels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelforst. Gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet? Nebelforst. Ziel. Finde das Gumon-Siegel, das im Nebelforst versteckt ist. Okay. Soll ich da jetzt hin? Sieht so aus. Spiel gespeichert. Okay. Heißt, klares Wasser jetzt, dass ich jetzt da drin schwimmen kann? Ausprobieren. Ah, ich kann da jetzt drin tauchen. Ich habe jetzt einen, sehr gut, ich habe jetzt einen Luftbalken. Ich vermute mal, ich muss den Fischen da aus dem Weg gehen, aber cool. Muss ich jetzt hier speichern? So sicherheitstechnisch, Dings gedönst? Ähm, pfff. Keine Ahnung. Drücke X um das Geistertor zu öffnen. Ja, dafür habe ich ja noch keine Dinge ins Bomben und Schlüssel gedönst. Hopp. Oh, nein, ich wollte nicht da runter. Halt, halt. Was sagt denn die Karte? Wo war denn überhaupt die Karte? Ich weiß nicht. Äh. Karte? Karte. Da unten ist was. Was? Da ist. Auf der anderen Seite vom Wasser ist irgendwas nach unten? da habe ich das richtig gesehen ja wie komme ich dadurch in stabilen boden kannst du keine seelenverbindungen zu wollen ich wollte das hier wenn es geht aber nicht könnte man dahinter sieht nicht so aus ich da noch was lerne auch wieder schwimmt ist ja süß alter alter ich habe gehört ich konnte ihn nicht mehr sehen das war wird 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 kollega musste ich hier runter locken da komme ich nicht dran ich komme noch nicht dran kollege ist der wasser scheu hier hallo 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 nein nicht in die richtung hier ich habe kein karten folgen was ich da einfügen könnte verdammt oder muss ich hier runter tauchen und hier was machen drücke arm schneller zu tauchen lass mich in ruhe lass mich in ruhe weg weg war 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 okay hier muss ich entscheiden ja ouch okay ich muss also stimmen na gut dann gucken wir mal in die richtung was denn da so ist tust du mir was aber du tust hier unten so kriege irgendwo luft da krieg luft so und komme ich da raus ja da käme ich raus da oben muss ich auch hin vor allem okay da kommen wir aber jetzt nicht hoch was war das was war das denn okay noch mal runter lass mich in ruhe weg 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 habe ich dachte ja das habe ich obwohl da ist da hätte ich noch so ein kristallblau gedüngst gedüngst kaputt machen können hier hatte ich auch was geholt das ist noch da ist ist wow shit nein nein hat mich in ruhe weg weg so so au alter nein lass mich hau ab ich mag dich nicht so habe ich glaube ich glaube ja jetzt auch deswegen war mir das gerade passiert okay dadurch ort hier hoch so und hier nein das war falsch verdammt ich wollte das machen genau so